Ich hab keinen Saiton mehr. Wie viel haben Sie noch? 30.000 Frauen. Leihen Sie sie mir. Warum spielen Sie? Das ist einfach zu erklären. Nichts auf dieser Welt kann mir diesen Reiz vermitteln, den ich beim Spiel empfinde. Aber ich bin eine besessene Spielerin, ich kann nun mal nichts dafür. Warum was? Das, was mich am Spiel so reizt, ist dieses dauernde Auf und Ab zwischen Luxus und Arm. Ich glaube, dass es ähnlich wie mit Rauschgift ist. Wenn man einmal damit angefangen hat, kann man es nicht wieder aufgeben. Das ist eine falsche Einstellung. Man muss im Leben alles ausprobieren, sich von Grund auf kennenlernen. Vielleicht hast du tolles Glück im Spiel, es ist alles drin. Himmlisch, nicht wahr?